Wenn unsere Kunden am Morgen um 9 Uhr vorbeikommen und es um 9 Uhr nehmen, muss alles reibungslos funktionieren. Sonst haben wir das Risiko, dass sie am nächsten Tag nicht mehr zu uns kommen. Somit ist unser Anspruch, dass wir immer wissen, dass alle Komponenten von unseren Kaffeevollautomaten einwandfrei funktionieren. Dank den Digital Services von Franke haben wir jetzt die Möglichkeit. Wir können von überall her zu jedem Zeitpunkt schauen, ob alles funktioniert, welche Qualität unser Kaffee hat, wie viele Cappuccino wir rauslassen, wenn sie letztes Mal gereinigt worden ist oder ganz einfach, wie viele Bohnen wir im gewissen Zeitraum brauchen. Dank diesem Service können wir im Kunden immer einen tollen Kaffee anbieten. Das freut den Kunden, meine Mitarbeitenden und mich. Das freut den Kunden, meine Mitarbeitenden und mich. Das freut den Kunden, meine Mitarbeitenden und mich. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020